Ich war von jetzt in die Kajüte gegangen. Daraufhin hat ja alles angefangen zu zittern. Also es hat alles gelegt. Und dann hat es mich schon eingegeben. Und dann habe ich rausgerufen und war dann mal unten gewesen. Ich war jetzt ein paar Jahre auf der Ostseeseein. Und das hat mir abgenommen. Ich habe gedacht, ich sterbe mal.